Reutlingen-Igels Ja, das habe ich auch in der Halbzeit gesagt. Football ist einfach ein Game of Inches. Wenn ich mir überlege, beim 0-0 hat man eine Situation, als unser bester Receiver durch ist, der catcht normalerweise jeden Ball. Das war aber irgendwie ein Ball, der viel zu lange in der Luft war. Dann kam man zum Nachdenken, zum Überlegen, drop den Ball, danach gibt es direkt den Safety. Und irgendwie hat die Offense nicht so ganz executet in der ersten Halbzeit. Gibt es deinerseits jetzt auf jeden Fall Punkte, die du verbessern möchtest bis zum nächsten Spiel gegen Offenburg in zwei Wochen? Gibt es Dinge, die ihr analysieren müsst und auf jeden Fall darauf achten müsst, diese eher und besser auszuführen? Also ich finde, wir haben einen guten Job gemacht. Gerade haben wir noch gesagt, das hat so ein bisschen an den Basics gehapert, was mich ziemlich sauer macht. Das muss nicht sein, dass wir Auswechselfehler haben beim Special-Team, wenn die Dept-Shot da liegt. Oder wenn wir einfach nicht tief tacklen können, was wir im Training die ganze Zeit üben, was wunderbar klappt. Und sobald ein Running Back mit einem A auf dem Helm kommt, verlangt man alles und hat zu viel Respekt vor ihm. Und das sind einfach so Sachen, Respekt verlieren, einfach drauf losspielen und dann ist es gut. Hast du Mitteilungen, die du aussprechen möchtest nochmal auch an dein eigenes Team und ans Heidelberger Team, auch an die Heidelberger Fans? Ja, also beim eigenen Team, ganz klar, habe ich gerade auch gesagt, wir haben einen super Job gemacht. Wir haben in den letzten zwei Wochen sehr viel Zeit auf Huddle verbracht. Wir haben uns hier super vorbereitet und am Ende hat es halt leider doch nicht gereicht. Ich habe gesagt, ich will aber mindestens eine knappe Niederlage. Ich habe gehofft, dass wir hier gewinnen, habe es aber nicht erwartet. Eine knappe Niederlage ist jetzt okay, daran können wir uns aufräumen, können das dann nächstes Mal besser machen. Ja, habe auch vier, fünf Spieler gesehen, die hier jetzt wirklich geweint haben. Denen geht es wohl besonders nah. Ich habe gesagt, heute kann man traurig sein, weil wir hätten echt mehr erreichen können. Aber ab morgen müssen wir dann weiter vorausschauen. Ja, Heidelberg, super Gegner, haben wir schon letztes Jahr gemerkt. Wir waren ja auch hier zum Scrimmage und holt euch den Aufstieg. Habt es verdient diesmal. Noch ein kurzes Kommentar zu dem unnötig abgepfiffenen Spielzug. Ich meine, das war ganz klar eine bedeutende Sache. Es hätte den Spielverlauf komplett ändern können. Wie fühlt man sich in der Situation? Letztes Jahr war uns der Runner down. Ein Schiedsrichter hat Touchdown gezeigt. Dann wurde es zurückgecalled und dann haben wir fairerweise gesagt, der Kollege war down. Das heißt, ich schieße nicht gegen Schiedsrichter oder so. Aber das Ding war ganz klar viel zu früh abgepfiffen. Schiri hat sich aber am Ende noch entschuldigt. Und wenn ich mir überlege, das sind acht Punkte Unterschied. Danach wären es dann noch zwei Punkte gewesen oder einer. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall hat man die Two-Point gehabt. Das ist halt scheiße. Und ein sehr offensichtliches Facemass-Penalty wurde auch nicht gecallt, als wir den Turnover hatten. Und so Nummer 13 war das Genick gebrochen. Aber scheißegal. Ich habe letztes Jahr auch Schiri gemacht. Ich habe auch einmal zu früh abgepfiffen. Das passiert im Westen. Und ja, das ist halt so. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, Michael. Danke, dass wir hier sind. Ich wünsche eine gute Heimreise und freue mich auf jeden Fall. Iganzisch auf das Rückspiel. Man sieht sich bestimmt.